Ein taktischer Fail von... Wir werden es gleich sehen. Da ist der Bo, der läuft da jetzt mal nach links runter und Edgar versucht dann in den Rand zu kommen. Bo platziert da seine Minen, das hat Edgar eigentlich gesehen. Jetzt stellt er dann noch seinen Turm auf, in diesen Minen drin. Edgar schleicht um ihn rum und fühlt sich da wohl ziemlich siegersicht. Dann springt der genau in die Minen, der Edgar. Und Bo freut sich natürlich da mit dem blauen Gesicht. Hm, also echt eine taktische Meisterleistung von Edgar, genau in die Minen.